Es ist die Aufgabe eines Schauspielers, auch bei einer Sexszene möglichst echt zu wirken. Trotzdem gibt es immer wieder Gerüchte, dass es am Set tatsächlich zur Sache gegangen sein soll. Wir haben nachgeforscht, wann war's echt und wann war's fake. Deshalb haben wir heute für euch 5 Filme, in denen es tatsächlich Geschlechtsverkehr gab. Los geht's! Fangen wir an mit der Nummer 5 und Nymphomaniac. Wie schon bei Antichrist kamen auch bei Lars von Triers Nymphomaniac-Pornodoubles zum Einsatz. Produzentin Louise Weiss bestätigt, die Schauspieler taten nur so, als hätten sie Geschlechtsverkehr, während ihre Doubles es tatsächlich vor der Kamera trieben. Schließlich haben wir die beiden Elemente digital zusammengesetzt, so dass alles, was buchstäblich unter der Gürtellinie war, durch Aufnahmen von den Doubles ersetzt wurden. Die Stars Shia LaBeouf und Stacey Martin haben also trotzdem nur so getan als ob. Und weiter geht's mit der Nummer 4 und der Fremde am See. Hier wurde nicht geschummelt. Lediglich einige der zu expliziten Szenen des kleines Gewinnerfilms sind im Nachhinein der Schere zum Opfer gefallen. Statt eines Pornos wollte er den sexuellen Beginn einer Liebesgeschichte verfilmen, auch wenn irrigierte Penisse und Ejakulationen trotzdem noch im fertigen Film zu sehen sind. Und die Top 3 mit Spring Breakers. Obwohl in der finalen Fassung des Party-Hits Spring Breakers kein pornografisches Material zu sehen ist, sollte es eigentlich gedreht werden. Der Rapper Gucci Mane, der im Film James Franco's Rivalen mimt, sollte eine reale Sexszene um 4 Uhr morgens drehen. Allerdings erschien er vollkommen bekifft am Set und schlief während des Aktes ein. Während seine Partnerin sich 45 Minuten lang auf ihm rekelte. Ganz so echt wie geplant ist die Sexszene damit nicht geworden, obwohl es das ungewollt schlaffe Material tatsächlich in den Film geschafft hat. Fast am Ende und die Nummer 2. Aus der Reihe US-amerikanischer Erotikfilme à la Basic Instinct oder 9,5 Wochen ist Wilde Orchidee sicher nicht der bekannteste, aber dafür der authentiste. Die Schauspieler Mickey Rourke und Carrie Ortiz waren damals ein Paar und taten vor der Kamera nicht nur so als ob. In die US-Kinos schaffen es die besagten Szenen jedoch nicht, da sie als zu pornografisch eingestuft wurden. Erst für die Heimkino-Version wurden sie später wieder hinzugefügt. Und zu guter Letzt die Nummer 1 mit Shame. Obwohl sich der Film dem Thema Sexsucht annimmt, sind die gezeigten Szenen verhältnismäßig soft. Und auch wenn der Dreier in Shame überaus realistisch wirkt, hier ist nichts echt. Mit einer Ausnahme, in den Szenen, in denen Michael Fassbenders Gemächt zu sehen ist, wurde nicht mit Double, Prothese oder CGI nachgeholfen. In diesem Fall ist alles ganz authentisch. Ja Leute, da sind wir auch schon wieder am Ende. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr nicht allzu verstört seid, dann teilt das gern mit euren Freunden. Ansonsten war's das für heute. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.